unfassbar von Mario Maker 2 heute mal mit dem Level Crazy Athletic Let's go Okay Erster Versuch Erster Level Okay Erste Passage lief schon mal ganz gut Damn Super Zweite Passage Ja Es sieht aus als wenn man da direkt die Kuppe überspringen könnte Nope Bonics Next try Oh Oh, oh, oh Yep Nicht schlecht Nicht schlecht Nicht schlecht Toll Schönes erstes Level So muss das doch alle aufhören Was haben wir als nächstes Kaizo Super Mario Bros. 2 Hmm 1,51 Abschlussrate Das könnte heftig werden Aber ich try's jetzt einfach mal Okay Okay Da hätte ich früher jumpen müssen Früher jumpen Ach Mist Aber man sollte auch überhaupt jumpen Das wäre auch ganz ratsam Ratsam Okay 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 Boah, das kann doch nicht sein, dass ich einfach am Pilz vorbeispringe. Again and again. Scheinbar. Okay, nächster Versuch. Okay, nicht getroffen worden. Auch nicht so nett. Okay, das war einfach nur dumm. Ich hab den Jump nicht bekommen. Zu schnell. Das ist doch nicht wahr. Okay, das war mir zu früh. Danach. Hier rein. Okay. Das darf nicht passieren. Na gut, vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr nach links drücken. Natürlich trifft mich das denn. Hätte ich damit hoch springen müssen, um dann darüber zu kommen? Nein. Da muss ich wahrscheinlich auf den Maulwob warten. Unfassbar. Again, zu schnell. Okay. Früher. Schätze. Was? Okay, früher springen, früher werfen. Alles in allem. Möglich. Möglich. Nein. Da muss ich erst mal drauf jumpen, dann hoch springen und dann mich davon hoch bauen lassen. Dann könnte es funktionieren. Später werfen. Das ist relativ wichtig. Und so, dass alles nichts. Das ist relativ wichtig. Äh, yo. Was? Das sah aus, als wenn ich davon abspringen müsste. Dann kann man doch drauf stehen bleiben. Hm. Ich dachte, man kann davon abbouncen, aber nein. Man steht. Ich konnte das schon wieder vergessen. Ah, ja. Ach, wie mies. Okay. 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 So. Okay. 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 Soll ich das vom ersten Jump aus machen? Wollte ich denn höher fliegen? Wasse! t t t t t t t t t Das war's für heute. Das ist das Ziel. Das heißt, ich werfe die Bombe da oben gegen. Pau, aber ich darf doch meinen Power-Up nicht verlieren. Pau. Wear Up. Haha. Okay. Pau. Wie soll ich das machen? Pau. 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 Nein. Ich hab wieder vergessen, dass man nicht springen kann, sondern darauf landet. Nein! Ok Ich habe direkt den Wiggler geskippt Weiß nicht ob das gut war Im Speedrun, also um das Level schneller zu schaffen Wäre das bestimmt eine gute Strat Aber jetzt wenn ich auf Save spielen will Um das zu schaffen Lieber nicht riskieren Oder? Mal ausprobieren Man könnte es ja im Endeffekt nur ausprobieren Wobei man ja jetzt eh Im Momentum ist Das heißt Ich wieder aufjumpe Auf dem Momentum Und dann Falle Und dann Dings zu nehmen Das ist vielleicht sogar besser 1, 2, 3, Wurf Aha Ich könnte Zack Bombe werfen Aber dann würde ich auch nicht anfangen Wobei wenn ich die Bombe gegen den Pau werfe Dann müssten auch die Mannschafts kaputt gehen Oh Oh uups Wie hab's dir denn los gelassen Und dann Entschuldigung also auch die sie sie Wow Jetzt geschafft Gut, das ist der Try, der Try, let's go Let's go Der ist nicht gejumped Das ist der Try, let's go Jetzt Jetzt Oh nee Konzentrieren Ja Mist, jetzt mach ich wieder den gleichen Fehler wie vorher Ich bin nicht gejumped Damn Jump hin Let's go Ähm, ja Dreimal hintereinander Unfassbar Wieso raffe ich das nicht? Toll, jetzt hab ich das momentan nicht gehabt Oh nee Ich bin nicht gejumped Moment mal Da ist der Midwaypoint Ich dachte das Level wird zu Ende danach . Okay. Okay. ok jetzt aber auf bis mit waypoint ja 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 Das war's für heute. Da habe ich keinen Momentum für gekriegt. Unfassbar. Puh, 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 Puh. Momentum. Wow, Midwaypoint, let's go. Okay. Okay. Sehr schön, Midwaypoint. Okay. Next try. Oh nein, ich habe resettet. Ich bin so doof. So, shit. Was? So, wieder da. Ach, verdammt. Ach, schade. Hätte funktionieren können. So. Auf geht's bis zum Midwaypoint. Let's go. Das hat keiner gesehen. Momentum bekommen. Warten. Jump. Eins. Zwei. Werfen. Ein da. Und hier da rein. Warten. Und jumping. Okay, Midwaypoint. Zum zweiten. Muss nicht mehr so blöd sein. Und das Level resetten. Oh. Wow. Das war relativ gut für den ersten Versuch. Nachdem ich das zweite Mal hier zum Resetpoint gekommen bin. Oh. Das war zu früh. Aber wir können mal gucken, was es danach gibt. Nein. Kam eben schon weiter. Hey. Nice. Okay, einfach nur jumpen. Einfach nur jumpen. Nicht zu viel machen. So viel verlangt das Level nicht von einem. Okay, jump. Oh. 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 Das hat er. No. Ich musste jumpen. Danach. Ich denke, der wird es die automatisch aktivieren. Der P-Switchblock. Okay, das war nice. Ha! Nächste Passage Oder auch nicht Geschafft Sehr nice Okay Kaiser Mario World 2 Level geschafft Hi, Arjen Potter Ayo Potter Ayo Potter Ach sorry, wenn ich den Namen nicht aussprechen kann So, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt Und wir sehen uns im nächsten Video von Super Mario Maker 2 Schaltet auf jeden Fall wieder ein Bis zum nächsten Mal